Mit Ihrem digitalen Kabelanschluss von Unity Media können Sie Ihr Fernsehprogramm jederzeit problemlos erweitern und zusätzliche Programmpakete dazu bestellen. Sichern Sie sich zu Ihrem DigitalTV Basic Paket über 50 weitere hochwertige Programme mit DigitalTV Allstars. Für nur 15 Euro monatlich erhalten Sie die komplette Programmpalette von Unity Media. Über 50 erstklassige Fernsehsender. Aus den Genres Film und Serien. Sie sind ein echter Schaumbolzen. Doku und Leben. Entertainment. And the American Music Award goes to... Sport. Und Kinder. Und alle Sendungen ohne störende Werbeunterbrechungen und in brillanter Empfangsqualität. Zusätzlich zu den Premium-Sendern aus dem Paket DigitalTV Highlights erwarten Sie im Paket DigitalTV Allstars viele weitere Spitzensender. Hier gibt es wirklich für jeden Geschmack etwas. Besser geht's nicht. Wie zum Beispiel viele Sender aus dem Genre Film und Serien. Die besten Soaps, Liebesfilme, Bollywood. Eben einfach alles fürs Herz und gefühlvolle Stunden auf den Sendern Passion... Du bist eine gemeine Intrigantin! ...und Romance TV. Ich bin Maurice, die Hochzeitsplaner. Noch mehr Programmen aus dem Genre Doku und Leben. Erleben Sie die beliebtesten Lifestyle-Sendungen auf RTL Living. Kochen Sie mit bei Bon Gusto. Entspannen Sie sich mit dem Sender Body & Balance. Und holen Sie sich wertvolle Reisetipps auf dem Travel Channel Deutschland. Das ist Entertainment pur. Alles rund um den deutschen Schlager auf Gute Laune TV. Der neueste Klatsch und Tratsch der Stars und Sternchen auf e-Entertainment. Und feinster britischer Humor, Shows und jede Menge Soaps auf BBC Entertainment. Alle Sportfans aufgepasst! Mit dem Paket Digital TV All Stars stehen Ihnen auch acht erstklassige Sportsender zur Verfügung. Nationaler und internationaler Spitzensport auf Eurosport 2. Alles, was die Herzen von Motorsportfans auf Touren bringt auf dem Auto, Motor & Sport Channel und Motors TV. Die größten Momente der Sportgeschichte bei ESPN Classics. Die größten Highlights aus Amerikas Sportliegen auf ESPN America. Absolute Ausnahmesportler auf dem Extreme Sports Channel. Und alles rund um den Segel- und Wassersport auf Yacht & Sail. Ganz neu ist der Sportsender Sport 1 Plus. Hier sehen Sie Handball und Basketball aus Deutschland, europäischen Spitzenfußball sowie die Basketball-EM und die Eishockey-WM 2011. Zudem können Sie sich über hochklassigen Motorsport und US-Sport freuen. Auch die Kleinen und alle Zeichentrick-Fans kommen mit dem Paket Digital TV All Stars voll auf ihre Kosten. Mit den beliebtesten Zeichentrick-Helden aller Zeiten auf Boomerang. Ist jemand zu Hause? Lernspaß auf Nick Junior. Positiven Helden auf Your Family. Und vielen weiteren hochwertigen Kinderprogrammen. Kommt schnell und seht euch an, was da am Fernsehen läuft. Was könnte das denn sein, Kowalski? Ich habe keine Ahnung. Sie sehen also, Sie können Digital TV Basic jederzeit ganz einfach erweitern. Entscheiden Sie sich jetzt für das Paket Digital TV All Stars für nur 15 Euro monatlich und genießen Sie Fernsehen der Extraklasse. Für ein noch brillanteres Fernseherlebnis haben Sie nun die Möglichkeit, mit dem HD-Rekorder von Unity Media noch schärfer fernzusehen. Erleben Sie Fernsehen wie nie zuvor in HD-Qualität bereits für 6 Euro monatlich. Rufen Sie uns an 080 5 66 31 80 oder informieren Sie sich im Internet unter unitymedia.de